GTA 5 Stunt Races mit Daluane, Chico, Contran, Maxi, Sachse, Fisi und Hotta. Hallo! Hallo! Oh Gott! Das ist so ein Ding wieder, was gleich nach unten geht, auf dem Dach, oder? Ne, da ist ein Stopper. Wurde grad sein, da ist ein Stopper, oder? Da wollte ich erst mal. Hör auf den Stopper! Rechtsrand vorbei! Oh Christ! Nein! Das ist der Rote! Oh! Oh! Anne! Ja, ich hab die! Ja, ich hab die! Ich hab die! Oh my fucking... Anne! Ich hab die! Ich hab die! Oh shit! Die BVB-Röhre! Oh, ich hab die! Äh... Ernsthaft jetzt? Leute, das schafft doch keiner! Ach so! Komm, rein, zieh! Komm, rein, zieh! Komm, rein, zieh! Komm, rein, zieh! Gut dran! Sorry, gut dran! Aber da war kein Platz für uns beide! Es war kein Platz für uns beide! Der musste halt zurück auf die Strecke! Oh, Trico! Was geht... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Du geisteskranke Bitch! Ey, was geht mit dir ab? Du geisteskranke Bitch! Hey, kommt ja hier einfach reingesprungen! Das ist kein Offroad, man! Oh shit! Ich war einfach viel zu schnell! Ja, ja, ja! Ich bin letzter, ich bin so weggeflogen! Ja, die haben wir schon mal. Das ist ziemlich geil. Ey, Anne! Hör doch mit der Scheiße! Schön, Anne! Alle draußen! Anne! Nimm uns! Nein! Looping hoch, Looping hoch, Manus! Nein! Das ist eine Abkürzung! Kunt rein, nicht schon wieder! Manus, haut Kunt rein raus! Was hab ich gar nicht? Und jetzt lass ihn doch noch aus! Laber doch nicht! Fries! Achtung, Friesi, er will dich angreifen! Nein! Friesi, ich bin der Freund! Friesi, ich rette dich! Friesi! Boah, ist das, ey, jedes Mal! Ich kann nichts mehr aufnehmen nach GTA! Es ist jedes Mal dasselbe! Weil ich durchgeschwitzt bin! Ey, ohne Mist! Friesi! Ich hab dich zurückgesetzt! Ich hab dich zurückgesetzt! Ich hab dich irgendwie geleckt! Friesi stand quer! Friesi war auf einmal weg von mir! Oh, ne, ah ne, war der Knudder! Da musst du nichts machen! Die eliminiert sich einfach von allein! Döding, um Sachse! Unser Zweiter erwischt! Ich bin Platz 5! Wow! Fortner, hotter, hotter! Pass auf! Ja, ich hab's gemerkt! Oh, loll! Guck mal, wenn er wieder ist da, du! Ich fack, wer fällt ein! Ich merke das schon, ey! Warte, ich hab das voll im Griff! Eide! Oh nein, Friesi ist auch wieder da! Ich bin weit gedreht! Oh, Kurt, wer bist denn du? Verrückt! Hallo? Rechts vorbei, Thanos! Rechts vorbei! Och, Mann! Jetzt sagst du jetzt wegen dem Rempler raus! Dann sagst du, ich sollte hier schön noch Zweiter werden! Ich bin Fünfter, weil dieser Spasti namens Friesi ist ja auch noch da! Ja, boah, Rechard! Den sagst du, weil er jetzt wirklich dich schrauben wollte! Oh, Magus! Jetzt bist du fertig! Danke! Ja, ist gut! Hab dich ja... Ja, genau, ey! Wir sind fertig, ey! Oh, ist schon vorbei? Oh! Ernsthaft jetzt? Wow, ich bin doch Dritter! Ohohoho! Scheiße! Das war nicht schlecht! Hab ich euch noch kassiert haben! Ohohoho! Die letzte Kurve der Röhre! Aber die Strecke war genau noch meinen Geschmack! Die Strecke war von in Ordnung... Einfach oder was? Bei dir hinter ka săn et sind die Witze, hör! gerammt hat, ey. Da hab ich ihn aber gerächt. Und Freezy hab ich kurz gerettet. Da wolltest du auch wieder angreifen. Ich wär ja erster geworden, wenn Dalu nicht wieder mich rausgerammt hätte, komplett von der Strecke. Du hast dich halt schön in die Kurve gestellt, als ich dich als Bande nutzen konnte. Hab ich easy Wettgewinn gemacht. Ich hab aber, bevor du mich als Bande genutzt hast, sowas gehört wie, ich räch dich, Freezy! Oder ich beschütz dich, Freezy! Max, minus 60. Du wolltest ihn ja auch rammen. Ne. Ein Look nur, ey. Toll, immer noch Fünfter. Und dann die Zuschauer von Manus bei Ram ist der Zauber. Die Magie ist es, danach noch das Rennen zu gewinnen. Das ist der Trick. Ey, du bist so ein Schwaudelhans, ey, ohne Mist. Also es ist der absolute Wahnsinn. Ein Schwaudelhans. Ihr könnt vielleicht besser mit dem Trecker umgehen, ja. Aber wenn es hier auf Fahrrisch des Köln ankommt, dann ziehe ich euch auch. Mach mal Custom bitte aus, Sachse, Custom Cast. Das müsst ihr dem auch jede Runde sagen. Hat eigentlich Manus jeweils gewonnen bei GTA? Manus? Boah, Anne, nee, jetzt! Manus hatte die Chance. Letzte Session waren wir punktgleich. Und Manus hatte die Chance. Ein Rennverschluss. Ja, stimmt. Dann wollt ihr noch. Eine Runde oder zwei? Zwei. Ja, oh Manus, das war das. Und acht Kilometer. Du hättest als Gewinner da reinkommen. Nein, aber nicht punktgleich. Und Manus hat gesagt, nee, wir machen das. Und dann hat er nur geheult. Freunde, steht sterben wie Knie ein Leben. Punktgleich gibt's hier nicht. Wir nehmen den Tyrus. Wir nehmen den Tyrus. Bist du ihr eigenster Autosuch oder was? Immer der, der gewonnen hat. Deswegen suchst du die auch nicht mehr aus. Du bist schon ein kleiner Schlinge. Das geht halt echt wie unlustig. Oh Mann, ey, Leute. Falky, rett ihn. Was ist mit dir los, ey? Mit deiner Maske da auf dem Kopf, ey? Tjo, Halloweener-Maske. Halloweener-Sobie. Klamotten, Alter. Da weiß ich nicht immer, was auf seinem T-Shirt steht. Oh Gott, die Strecke sieht auch sehr nett aus. Oh Gott, sind da Banden? Im Dunkeln, jetzt gibt's ganz neue Spielregeln. Ja, da sind Banden unterwegs. Böse Banden? Du, Spast. Du hast mich doch jetzt gerammt. Ey, warte. Oh, Dalu. Scheiße. Boah, halt die Schnauze jetzt, ey. Ohne Mist, Alter. Ey, was bist du von... Ey, ohne... Ja, narzisstisch, narzisstisch veranlagt ist der. Oh, oh, ey, was ist denn das für ein Sprung? Ich würde empfehlen, ein bisschen langsamer zu. Oh, Nubel, nee, Vollgas. Ohne Möhre. Langsam ist für Schwungerles. Ey, alle! Boah, du machst mich alle, ey, ohne Mist. Ey, ich schwör dir jetzt am liebsten... Warum hat der zurückgesetzt? Du warst doch noch gut drauf. Nein, ich bin komplett von der Strecke gekickt. So, bei mir nicht. Bei mir bist du perfekt gerade geführt. Nein, nee, komplett von der Strecke runter. Oh, na voll. Oh, na voll. Oh, na voll. Woher kommst du denn her? Ja, ich fahr die andere Strecke. Hallo, zurücksitzen. Oh, oh. Bitte nicht. Da kommt noch... Du was? Ja, Scheiße. Wieso? Wenn du den roten Weg fährst, kommst du hier lang. Ah, nein, was ist denn hier los mit euch zwei, ne? Wenn ihr kuscheln wollt, dann spielt kein GTA mit, ey. Oh, nein! Das klang wieder so, als wären wir an der Meere runtergefahren. Aber das war episch. Das war episch gerade. Ich war gerade neun. Ich hatte vier Leute in der Luft gegen die ganze Zeit gefahren, ey. Oh, komm, schlack euch neun. Ey, warte mal, wie weit bin ich jetzt zurückgesetzt? Oh, Mann, was ist das denn hier? Das verdammte Scheiße. Boon aus. Ach, nee. Meine Fresse, Mann. Ja, jetzt bin ich ganz letzter, ey. Ganz letzter. Bist du gar nicht? Halt's, Paul. Wo ist denn hier Kun dran? Der ist doch weit vorne. Okay, letzter möglicher, der, also wo es realistisch ist. Das macht's nicht besser, du Arscher. Ist das Kun dran, fährst du gelb? Nee, 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 nee. Okay, ich werde spiel. Fuck you! Wie weit ist denn der erste vorne, ey? Ja, das macht die Schreck aber nicht besser. Kun dran ist weg, weil wir halt so viele Fehler hatten. Ja, Kun dran ist von Anfang einfach durchgefahren. Ja, ich bin am Anfang durchgekommen. Ich hab Sachse gedreht am Anfang. Oh. Und da, du, du Mixer! Du Schwein. Also, mehr eigentlich tatsächlich sogar unabsichtig ist. Willst du jetzt hier kämpfen oder was? Nein, nein, nein. Frizi, wir müssen zusammenarbeiten. Kämpf, kämpf. Kämpf, kämpf. Sonst kommen wir nicht mehr weiter hier. Du hast angegriffen hier. Oh, da vorne. Wer steht denn da? Hörter, geh weg! Oh, lol. Boah, alter. Auf der engsten Stelle der Strecke parkt er seine Karre. Frag mich immer, wie sowas geht, ey. Ohne Mist. Du hast ja auch einen Hut hinten drin, oder? Ja, zwei. Und eine Klopapierrolle. Alter. Kacken im Wald. Ja, aber, ey. Komm, Manus. Ja, lass mal hier nach vorne lieber kommen, ey. Wow, lol. Bist du denn aufgesetzt? Ich bin halt einfach so langsam. Ja, du hast halt reißig. Ich bin zu lang, ich bin zu... Oh, oh, das klang gut. Er ist etwas tief. Ja, aber wir sind... Er ist so weit. Ich sehe ihn ja nicht mal auf der Karte. Nein. Was ist denn das hier? Vor der Kurve nochmal Boost, oder was? Ey. Ich kann nicht immer noch Achter sein. Ey, wir müssen noch eine ganze Runde fahren, ne? Ja, aber guck mal. Guck mal, wie weit die weg sind. Wie ist das behindert? Oh, komm. Da war's da, wo ich dachte, ich werde zu langer. Loll, was? Was? Ey, da sagst du nichts. Warum? Ich wollte doch auch erst mal gucken, was passiert. Alter, ich bin wieder. Ja gut, Manus, versuch's halt nochmal. Mach nochmal jetzt. Was hat die denn gemacht? Manus hat... What? Achso. Loll. Das ist einfach ein fucking Loch in der Röhre. Aber wie geht das? Ey, nicht verraten, Max. Ey, Leute, da hatte ich ja richtig Glück, ey. Ey, wie geht das? Da ist ein Loch in der Mitte, fahr einfach links oder rechts. Ach ja. Das ist zu einfach. Loll. Oh, da ist nur das. Das hab ich doch gar nicht gesehen. Ja, nicht gleich. Ja, weil das ist einfach dunkel. Das ist ja echt... Ja, ich muss noch eine Runde fahren. Das ist ja voll gemein, ey. Ja, natürlich, aber so weit ist es jetzt auch nicht. Ja, mach schon. Ey, ich hab aber zweimal zurückgesetzt. Ich hab einmal zurückgesetzt. Ja, ich hab doch zweimal. Scheiß Stopp-Shield hier, ey. Ich bin halt mega langsam als erstes. Was? Da, du. Ich bin wieder. Ich bin wieder da. Und da bist du weg. Tschüss. Ich bin wieder da. Oh, Fritzi ist auch da. Oh, nö. Fritzi. Ernsthaft. Manus, du hängst immer noch in der Beine. Ja. Die Explosion war ziemlich weit weg. Warum nicht du hängst immer noch in der Beine, Mann? Nee, mach ich nicht. Du bist heute da. Ja, Mann. Was war da denn? Scheiß Huckel, Mann. Ich bin vierter, ey. So, wenn ich jetzt eine perfekte Runde fahre, dann hab ich sie alle wieder. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ja. Jetzt hafft ihr mich. Nein! Mann, die sind fucking... Fuck. Jetzt hafft ihr mich. Wer ist denn das hier? Schon wieder? Ich. Ach, da, du. Oh, nein, ich bring sonst wohin. Ich bring sonst wohin. Komm, komm, komm. Halt den Punkt doch. Das sah nicht so gut aus. Nein, das sah nicht. Nee, aber Kunal, du bist ewig weit. Nee, das ist echt so. Ja, das... Nee, da seid ihr doch schon. Oh, was? Du kunst nicht gut. Und die rücken dich davon irgendwo. Noch lange nicht. Ey, du musst Andor holen, ne? Ich bin jetzt an dem Punkt, wo du abgekackt hast. Die Stelle ist... Ich find die mega fies. Fliegst du da einfach drüber, ey. Hast du auch noch Mitschieber? Sie hatte gesagt... Wie bin ich denn siemte auf einmal, ey? Ich brauch zweit noch lange Zeit. Läuft ja gut bei dir, oder? Sorry, Randy. Alles wegen mir? Ja. Du bist doch einfach super in Berlin. Warte, ihr darfst nicht so schnell, Randy, sonst... Kurfe. Oh, jetzt will Manus hier noch einschleimen bei den Leuten. Du bist jetzt mal schön ruhig, mein Freund. Mein Mann, du darfst nicht so schnell. Du bist jetzt mal schön ruhig. Schön langsam, Randy, ja? Nicht zu schnell. Ja, ja, Randy. Denk an deinen Blutdruck, Randy. Mach mal die Schildkröder rein. Schön ruhig, mein Kleiner. Ey, was ist denn? Einmal tief durchatmen und entspannt. Papa ist gleich da. Zweimal. Deswegen sagt er ja auch nicht so schnell. Er will nur einen holen und überholen. Wir müssten noch acht Runden fahren, damit Manus noch einen überholt. Mhm. Genau. Da hat jemand einen richtig krassen Abgang gemacht. Nee, das war nur sehr knapp. Ich bin auf, wie im Dach langgefahren sind. Aber entgegen. Wir haben uns so High-Five gegeben in der Luft. Ja. Das soll gleich schon im Ziel sein. Ich komme jetzt gleich in die Röhre hoch. Ich konnte die leider nicht rammen. Ich bin noch nicht mal bei dem zweiten Labyrinth. Ey, Mann, diese Kurve fällt scheiße hier. Ich bin jetzt im zweiten Labyrinth. Okay. Da drüben fahren. Wo war das Loch? Da war das Loch, oder? Mann, ja. Wo da du hin mit mir war, dann war es vorbei, ey. Du bist einfach ins Wasser geschossen. Du bist einfach ins Wasser. Da war Freezy hinter dir mit den Wellen. Ja, aber lol. Du vorher schon. Aber man, das ist es nicht gemacht. Hätte ich Kontra an Easy noch bekommen. Kral's drauf. Jetzt eh gleich wieder in das Loch rein. Nein. Du auch noch hinterher? Ja, ja, ich hatte auch. Da war auch zu viel Speed drauf. Das Loch habe ich davon gar nicht mitgenommen. Ja, deswegen, ja. Man fällst jetzt erst recht rein. Warte noch einen Moment, bis ich dir zugucken kann. Ich bin gleich im Ziel. Nein. 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 Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Nein. Ja. Ja, ich bin. Oh nein. Ja, und dann ist es noch hundertmal. Oh nein. Oh nein. Ja, das stimmt in der Tat wahrscheinlich. da bin ich der anfang war einfach perfekt noch gucken wir doch mal ob die hotter ins loch einfällt lassen wir doch mal ja sehr gut hat er sehr gut sehr gut ja auch nicht runter vor das war knapp das war gewollt ja 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 das würde ich auch so jetzt fällt er gleich ins loch da du bist schön und da fällst du weißt du wo ich gerade nicht ins loch ich hab gerade nicht ins loch und noch mal manos hinter dir ist einer ich weiß scheiß rück dran wie bin ich denn von dir so schnell einfach durchgekommen ich bin einstellig von hinter manos hier gefahren ins wasser hat er es nicht geschafft oder es wird aber knapp ja ich hab's doch nicht mehr glaube ich es ist nicht viel ich hab dir gesagt du fällst das loch heute ja wegen dir das loch das loch mann ich war zwei oder so lange und dann scheiß das loch wenn erstmal habe ich dich nie auf dem zweiten gesehen ja ja wenn du mich geschubst hast das sind das irgend so ungepflegter fertig so bin ich halt eine sehr schöne strecke manos hat die schnellste und hingefahren trotzdem eine halbe stunde später bock bla 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 danke fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal Leute. Tschau.